Hier sprechen wieder Mio und Ostra und wir scheinen wohl heute etwas später aufzustehen hier bei Harvest Moon lag wahrscheinlich daran, dass wir ein bisschen kränklich sind und heute soll die Geburt stattfinden. Wie soll denn das? Doodles. Doodles, genau. Meine ich. Doch, ich glaube, das ist es. Hundertprozentig bin ich mir natürlich wie immer sicher. Aber wie schreibt man Doodles denn jetzt? So, pass auf, ich meine das hier. D-O-O-D-E-S. Ja, genau. D-O-O-D-E-S. Hm? Wo ist das selber geleckt? Oh, doodles. Doodles. So, ich guck das aber nochmal. Äh. E. S. Ja, ne? Ja, warum? Ich guck das mal eben nach. Ich bin mal nicht dumm. Einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück in der Aufnahme. Ähm. Blablabla. Moment. Ich glaube nicht, dass ich das finde. Aber ich könnte ja trotzdem mal eben gucken. Verdammt. Nein, ich finde es natürlich nicht wieder. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das so heißen soll. Doodles. Und wenn nicht, dann muss ich da jemanden gewaltig beschweren. Aber ich bin mir ziemlich sehr hundertprozentig sicher. Ja, das ist doodles heißen soll, hast du letztes Mal gesagt. Aber wenn das geschrieben wird. Hat jetzt halt ein bisschen Zeit gekostet. Na ja. Hups. Hallo. Ne Daugi. Es regnet schon wieder im Herbst. Und was kommt morgen für ein Wetter? Na, wieder Sonnenschein. Ist ja auch nicht schlecht. Gut. Was haben wir denn für ein Festival? Aber so startet es uns nicht, dass du verschlafen hast, weil dann brauchst du nicht gießen. Ja, dann wäre ich auch um acht fertig ungefähr. Was haben wir denn noch so alles zu tun? Das sind wir jetzt aber ein bisschen. Hm, das ist immer gut, wenn du so in die Folge reingehst und da kommen dir irgendwelche Geburten und so. Und dann stehst du da wieder. Ich habe alles dabei, was ich brauche. Sehr gut. Dann gehe ich zuerst zum Kuhvieh. Kuhvieh. Ups, da starr, wenn dann. Ne, zum Kuhvieh. Kuhvieh. Was da Gerdl heißt. Ja, aber da ist auch Freddy. Na, ist ja auch am Pen. Den geht es allen ein bisschen. Den schlägt allen das Wetter so ein bisschen. Ich bin alle müde. Die haben alle Hunger. Die machen gerade die Bolognese. Die Bolognese? Bolognese. Ja, zum Fressen. Achso, ja, ja, klar. Die kochen bestimmt gerne die. Was? So, ich bin froh, dass es regnet. Hast du schon recht, dann muss man nicht gießen. Das Problem ist, wir dürfen auch nicht so viel arbeiten. Ich hoffe, heute kriegen wir es mal gebacken, dass wir diesen komischen Gott sagen können, dass wir doch unser Haus, dass wir doch mal bereit sind, dass er unser Haus baut, weil langsam habe ich da keinen Bock mehr drauf. Es ist schon der sechste Tag, wo ich sage, ja, wir können endlich das Haus bauen, lieber Blubb. Und das ist immer noch nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob es nicht zu guter Letztro an mir lag. Es liegt immer an dir. Ich weiß nicht was. Hallo, Lissi. Zickzack, hallo, Lissi. Geh nicht raus, ist kalt und nass draußen. Ja, wir wissen ja, dass das Pferd gerne ausbüxt. Ja, oder wieder einbricht, sagen wir mal. So, hier ist schon mal einiges ein bisschen im Argen gewachsen. Ich will diesen blöden Ball loswerden, aber ich weiß nicht, woher du ihn dann nicht. Ähm. Ähm, das weiß ich gar nicht. Der, was hast du zu mir gesagt? Ja, könnte ich mal versuchen, aber nicht. Das mache ich heute Abend, ja. Dann gucken wir mal, ob er am nächsten Tag dann da ist. Ich glaube, das letzte Hut hinten ist auch ausgewachsen. Ne? Ich muss nur mal in mir gucken. Ja, Queen ist jetzt auch endlich ausgewachsen. Hat ganz schön lange gedauert, hier bei Queen. Ja, das dauert immer lange. Das ist einfach, weil man irgendwie, ähm, ja, halt so wenig spielt dann auch im LP. Und dann ist es halt so. Nein, das dauert deshalb lange, weil du die nie wieder hochnippst. Und wir haben noch drei Plätze frei für Hühner. Also, wenn ihr noch Ideen habt für Hühnernamen oder die gerne alten Hühner nach eurem Lieblingstier oder nach eurem Haustier benennen wollt, dann habt ihr hier noch Platz, so. Ja. Und wir haben auch noch einen Kuh- und Schafstall ein bisschen Platz. Oh, ja. Es war so klar, dass du hier mal was daneben schmeißt. Ja, da hinten ist das schwieriger. Da muss ich ganz komisch daran gehen. Das habe ich einmal zu viel gefüttert. Egal. Einmal weggeschlissen. Nicht zu viel gefüttert. Das kleine Füße wird ja auch kein Futter kriegen. Das ist auch zu viel gefüttert. Ach ja. Aber schadet ihr nicht, so ist nicht. Egal. Passiert. Es regnet, wir haben verschlafen, wir sind noch nicht ganz wach. Wir sind noch nicht so richtig wach, nee. Aber es ist ja auch nicht ganz so wichtig, da wir erstmal jetzt noch die Götze gehen. Eventuell ist er ja mal so weit. Ich muss auch noch zwei, drei Blümchen mitnehmen, weil wir auch mal wieder Leuten Blumen schenken sollten. Gerade mal Popuri. Ich wollte gerade sagen, wir haben wir lange nicht mehr gelassen. Blöd, 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 jetzt kann ich nichts mehr mitnehmen. Egal, das verschenke ich jetzt irgendwie irgendwas verschenke ich jetzt. Ich verschenke den Pilz. Pilz an Gott. Genau. Los, Gott, du brauchst keine Pause. Nimm diesen Pilz. Nee, aber bisher, der ist gar nicht da. Dann gehe ich jetzt erst nach Popuri. Hier sollte ja bei Regenwetter wenigstens zu Hause sein. Ich kische gleich mit dem mittelschweren Anfall, wenn dieser Gott nicht irgendwann mal da ist zum Arbeiten. Plus drei, dafür bin ich da, ich halte dich auf. Schlag hier gleich den Schlot. Ich sag's euch. Schlot? Den Salat. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber so ist das. Okay. Hallo, Popuri, ich hab dir eine blaue Gruppe mitgebracht. Wow, danke dir. Ich bewundere dich, wie du die Farben so ganz alleine bewältigst. Ja, ich weiß. Denn ich kann nichts. Mein Bruder erzählt Gutes von mir. Ich hab auch Hochachtung vor ihm. Vor mir, nicht vor dem Bruder. Nur vor mir. Schade. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Ich wollte doch nicht schon wieder dich loben, weißt du? Ich weiß, dass wir mich nicht loben würden. Immer diese Komplimente von den ganzen Frauen, die du da absahnt. Geil, ne? Wie, wie, wie in der Kommentarsektion, wenn wir mal anhanden. Ich bin so einsam und ungeliebt. Aber Ostra, ich bin doch an deiner Seite. Na gut. Das ist ja schon mal was. Du bist so scheiße. Warum? Na ey. Ich bin da. Ich helfe dir aus. Ich stehe dir bei, wenn Gott da nichts macht. Hallo, wie geht's? So, wir müssen erstmal hoho kaka. Ich glaube, ich komme einfach mal 100 Holz. Ja, so brauchst du nicht. Mach mal 15. Ja, warte mal. Wir rechnen das mal ganz sicher. Ich will gar kein Holz kaufen. Ich muss das mal eben ausrechnen, mein junger Freund. Oder wir gehen mal eben raus und mal Holzacken. Ist ja nichts zum Ausrechnen, ne? Ne, ist nichts zum Ausrechnen. Aber ist auch zu viel zu kaufen. Habe ich dir noch gesagt? Das wird einfach ein bisschen Holz. Ja, ich will jetzt nicht wieder, dass er da gleiche den Kippmann, den Kippermann macht. Na komm. Ja, ich weiß, die geht schlecht. Ich lasse ihn gleich mal zum Arzt gegen, glaube ich, der weiß da Bescheid. Kostet das was? Hm, selbst wenn, das wäre jetzt nicht so problematisch. Ja, komm, gib alles. Guckelstier. So, reicht jetzt auch, wie viel haben wir jetzt? 300, 320, ich brauche mal, den können wir jetzt auch kaufen. Ja. Das sollte ja nicht problematisch sein. Ne. 20 Holz, das ist ja auch nicht ganz so teuer, hoffe ich. Es kostet eigentlich eine ganze Menge. Ja, tausend. Ist in Ordnung, komm. Ja, okay, super. Und dann hätte ich, ja, hallo, wie geht's dir immer noch? Ich möchte auch gerne mal ein Wohnhaus erweitern. Benötigst du, ja, ja, ja. Jetzt 300, das ist erhöht. Wir wollen den Rest jetzt auch noch kaufen, das sind jetzt 50 Holzschalte nochmal. Ne, wir sind zu teuer. Ja, stimmt, das ist nicht zu teuer. Was wird ein 320 gesagt, jetzt die ganzen letzten Male. Die ganzen letzten Male, es waren auch 320, weil 420 hatte der Hühnerstelle gekostet. Und 100 weniger, stand das letzte Mal, als wir bei Gotts waren, dass das Wohnhaus unvorstellbar dumm. Naja, gut, dann müssen wir noch irgendwie Holz hatten. Er vermute ich jetzt aber zum Doktor. Sowieso zum Doktore. Nichtsdestotrotz, weil ich noch diese wunderschöne gegossene Blume geben möchte, die ich auch nicht zuutend dafür benutze, um meinen eigenen Kopf vor Regen zu schützen. Sie schützt dich eh nicht. Also von daher, lassen wir das mal durchgehen. So. Hey. Das war mein So, ich mach das LP. Wir sind, ähm, soweit, dass wir, glaub ich, alles haben. Ich glaub, äh, Bonn treffen wir wieder nicht an, weil der ist noch bis 1 da. Wir gingen ja trotzdem eines Gasthaus. Eventuell ist er ja doch da. Ähm, hallo Eli, erst mal, ne? Danke, die Uhr, aber meinst du wirklich, das ist in Ordnung? Ostra, du siehst krank aus. Minus, ja. Oh, hallo Ostra, du scheinst dich langsam auf der Farm einzuleben. Geht, geht, ich bin auch sehr krank. Warum bist du hier ins Dorf gezogen, Ostra? Das hast du mir noch nicht erzählt. Ich hab noch gar nicht so viel erzählt über die ganzen Sachen. Hallo Doktor. Ich möchte mich gerne untersuchen lassen. Ja, ja, ja. Ach, das ist ja nichts. Ja, das ist gar nichts. Auf den Mund und sag, ah, ah, ah. Ah, ah, was zum, ach du Heilige. Ah, 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 ah. Okay, die Untersuchung wäre abgeschlossen, dann wollen wir mal zur Diagnose schreiten. Du bist schwul. Übermüde zu sein, lebst du ordentlich, lass dir für eine Weile, lass es für eine Weile ruhig eingehen. Was kostet denn Geist stärken kaufen? Ich will aber mich gar nicht stärken, ich will eigentlich, ich will, ich habe mich mal eine Runde in der heiße Quelle baden, oder so. Das würde mir schon, denke ich, mal genug helfen. Ich brauche noch Holz. Hallo. Wo willst du hin? Ach, du gehst mir ins Gasthaus. Sehr schön. Diesmal nicht zu Mary, nein, diesmal ist es an. Ah, der Wun ist da, der Wun ist da. Willkommen, willkommen, der Mist gekommen, um etwas zu kaufen. Wir haben eine Altyza, die es nicht im Supermarkt gibt. Oh, da hat man eine Altyaz. Oh, da hat man eine Altyaz. Was ist Kätzchen? Kätzchen, die sind es diese beiden Kätzchen, die Blumensaat kostet 500, die Blühenden blühen, eine sehr, sehr starke Pflanze, also die kommt immer, glaube ich, Pflanzen, die Kätzchen Saat kostet 200, platzend sie im Sommer und bald blühen keine rosa Bühnchen. Die sind also Sommer, also wir brauchen den Herbst. Die Rotsauber kostet 600, die Blume ist fantastisch, sie blüht nicht oft, aber du kannst sie zur Halswecke verkaufen. Okay. Die Goldköpfchen Saat kostet 1000, diese Blume ist sehr interessant, außerdem kannst du ihre süßen Früchte an. Dann kann ich fast nur die Spülblumensaat kaufen, ne? Ja, das ist der Pfeffer. Die grünen Pfeffersaat kostet 1000, 100 Pfeffer kannst du im Herbst, 440. Ja, da kaufe ich mir auch mal eine von. Einfach mal, damit wir das mal sehen tun. So, okay. Ja, 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 ja. Bin ein bisschen erklärt. Okay, dann haben wir das. Oh, das ist nicht gut. Das liegt auch am Wetter, ne? Ja. Ich weiß nicht, was mit den Blumen, das ist mir jetzt so ein bisschen suspekt. Was ich so genau kaufen soll. Ich könnte noch den Ball schenken oder ein Pilz. Wir haben ja noch viel mehr Geld. Danke dir. Gerne. Der Papa ist nicht da. Wir könnten auch entführen. Wir könnten auch entführen. Warum wir das auch mal tun sollten. Weil der Papa nicht da ist. Und das haben wir davon, wenn wir einen führen, ja gut, ich meine, wir haben keine Küche, sonst würde ich sagen, die könnte für uns kochen, aber so ist sie nutzlos. Nein. Nein. Sie könnte Alkohol mitbringen, weinen. Ach ja, stimmt. Und dann? Dann besauft ihr euch, habt ganz viel Spaß und... Also, also, sie soll das mitbringen, wenn ich sie entführe. Ja, wenn ich dich entführe, bringst du auf einen mit, oder? Nee, ich entführe dich gleich, hol mal kurz den Wein. Ach so, hol mal kurz den Wein. Ich hol mal eben die Knebel. Ich hol eben die Knebel aus dem Kofferraum. So, ab in die heiße Quelle reden wir nicht mehr darüber, machen wir uns gesund, hacken wir auf Holz und erweitern das Haus. Ja, ich bin ja fast dran, ne? Aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Nein, sag sowas nicht. So, ich muss es leider sagen. Aber ich bin auf Fragen. Du musst mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Verstehe ich nicht. Ja, ich gehe ja gleich in die heiße Quelle. Ich habe aber auch andere Dinge zu erledigen. Tiefmann und hier, ne? Spaß und Pfann und F steht für Freunde und so. Wir müssen auch mal arbeiten. Ich muss so ein Kontrollfam. Ja, ich weiß noch. Erstmal die Pfeffersaat und dann, ich weiß nicht, es sehen. So, ich lasse jetzt einfach mal den Ball in den Haus. Eine Sarah. So, und, äh, den Ball schmeißen. Kaboom! Und ich glaube, ich tue noch mal eben, ja, meine Hake mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch Platz habe, um irgendwas zu pflanzen. Ich wollte gerade sagen, dass Milky Dingen kannst du ja wegtun. Was Milky Way? Milky Way, das Milky Dingen. Ach so, ja, ja. Mehr, mehr, mehr. Zapps, abbrauche ich ja noch einmal am Tag. So. Na, das ist gut, da habe ich nämlich schon fast gedacht, dass wir keinen Platz mehr haben. Für die Versenstaff. Wir haben wieder Platz in der Schaff, wir müssen in die heiße Quelle los. Ich kann nicht. Ich muss hier noch. So, die sind auch nass, das ist gut. Wow. Aber macht ja auch Willen, dass der Erde war. Irgendwie? Irgendwie dann schon. So, einmal in die heiße Quelle hüpfen, schlüpfen. Weißt du, ich mache das auch immer. Bei Gartenarbeit, einfach die Körner so oben drauflegen. Ja, klar. Ich brauche doch. Nein. Festtrampeln. Ja, genau. Was suchst du? Nichts. Ich wollte mich ein bisschen entspannen, eigentlich einen Schluck trinken, aber da du alles, alles, wirklich alle Getränke auf deiner Seite gehortet hast. Und ich habe jetzt keinen Bock aufzustehen mit einem LB. Der Pollenflug ist so schlimm. Ja, das stimmt. Ich sage es euch, wir waren draußen und alles voll. Alles voller Pollen. So. Es ist weg. Wir müssen jetzt wieder raus. Und ich wollte jetzt eigentlich noch hier hinten die Weintrauben und so holen. Die könnte man ja noch gut verkaufen, denke ich. Aber Holzhacken und so werde ich nicht mehr tun. Das mache ich dann an einem sonnigen Tag. Wo ich mir dann vielleicht nicht gerade den Tod hole. Nein. Also in der nächsten Folge. Und das versuchen wir dann, früh aufzustehen. Dann sprichst du es mir. Ja, ich stehe dann auch früh auf und habe den Erstholz, bevor ich alle anderen Arbeiten mache. Dann gieß ich nämlich erst abends Blumen. Weil die Tiere musst du vorher erfolgen kannst. Ja, klar. Das mag ich ja so ein Lobo haben. Aber da hält ja auch die Zeit an den Stellen. Das ist alles nicht so tragisch. Und dann so schnell wie möglich nochmal 50 Holzscheiter abknallen. Dafür brauche ich nochmal 5 Holzstände oder so. Oder 4. 4. Eigentlich 4 oder 12, ne? Ja. Ne. 5. Aber egal. Wie viel brauchen wir? 50. Ja. Ja, 4 mal 2, aber... Ja, okay. Das passt nicht ganz leider. Dann kaufen wir halt noch 2. Ja, das könnte man auch machen, ja. Da hast du recht. Auch auf. Eigentlich zu früh und schlafen wir gehen, habe ich auch mal überlegt. Das Brauhaus, das Gasthaus. Ja, genau. Brauhaus wollte ich sagen. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich kenne nur Brauhäuser und nicht Gasthäuser. Der seltene Runde, ne? Liebte Restaurantes und Brauhäuser und ein gutes Jahr, das Gasthaus. Das ist ja... Nein, Gasthaus ist... Essen, Saufen, Saufen, Schlafen. Ja, genau. Ja, das ist ja beim Brauhaus nicht der Fall. Beim Brauhaus säufst du und bist... Das stimmt. Ich meine, trinkst du was in angenehmer Gesellschaft? Isst du auch was? Was ist los? Walteris, Montag, Ruhe, Tag. Hallo, kann ich mal hier bitte... Hallo, kann ich nicht lesen oder was? Hallo? Dieses Schild ist tot. Jetzt will ich mit mir reden. Gehe noch mal rein, gehe noch mal raus. Nee, ganz überlege nicht. Da gehe ich jetzt schlafen. Wenn mich niemand liebt. Aber Ostra, Popori liebt dich. Nein. Niemand liebt mich. Und niemand schreibt Kommentare. Das zum Beispiel mit dem Richter hat immer noch keiner geantwortet. Hab ihr alle keine Lieblingsfarbe? Halt deinen Mund. Halt deinen Mund. So, Mio ist jetzt dran, ja? Also ganz ehrlich, ich suche jeden Einzelnen von euch auf, denn irgendeine Lieblingsfarbe muss ja wohl jeder von euch haben. Wie, nee? Das weiß ich ja nicht. Kann ja sein, weil eigentlich war das ja mal ein Community-Porekt, aber außer die Saaten und die Hühnern abends, alles, lastet ihr alles auf meinen Schultern. Hm, ich bin befriedigend. Ich verstehe das immer. Befriedigend. Ja, heißt aber auch nicht gut. Nur befriedigend halt. Das stimmt. Reicht gerade so. Darum geht es, Lefzahn. Der Huggies Lefzahn wollte ich auch gerade sagen. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit Have a Smooth, dann werden die Versprechungen wahr und das Haus wird, denke ich mal, erweitert. Maybe. Er hat es mir versprochen. Vielleicht, äh, sonst, wie immer, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da, das wird uns helfen und, äh, ne, alles, was darum rum ist, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, sucht euch was aus. Nennt eine Farbe. Nennt eine Farbe. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gut. 硯1mente am vazge.